Musik Unser Bischof Heinrich Mussinghoff wird 75 Jahre alt, ein Dreivierteljahrhundert. Musik Eine illustre Schar von kirchlichen und weltlichen Gästen und viel aus unserem Bistum und darüber hinaus, insbesondere auch die Familie unseres Bischofs Heinrich Mussinghoff, haben sich hier zur Feier des Dankes und der Freude eingefunden. Musik Bischof Heinrich Mussinghoff ist in bischöflichen Mitbrüdern und auch mir persönlich ein guter Freund, Wegbegleiter und Ratgeber geworden. Musik Im Namen des Heiligen Pater Franziskus danke Ihnen Monsignor Mussinghoff herzlich für die wertvolle Unterstützung. Musik Ich freue mich mit Ihnen dieses Amt zu feiern. Gott gebührt Dank für viele gute Jahre. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Viel Gesundheit, Gottes Segen, dass er so bleibt wie er ist. Er ist wirklich ein zuhörender Mensch und er hat ein gutes Gemüt, ist auch trotzdem ein einfacher Mann geblieben. Dass er seine Liebe zum Leben, vor allem auch zu Kolumbien, noch irgendwie weiter pflegen kann. Dass es ihm noch besser geht als die letzten 20 Jahre in Aachen. Ja, dass er gerne noch in Aachen bleibt und wir auch noch was von ihm machen. Eine gute Zeit auch als emeritierter Bischof und dass wir noch inhaltlich viel von ihm hören. Diskret ist er, zurückhaltend, zugleich aber auch sehr klar und sehr tiefgründig. Das sind Eigenschaften, mit denen Sie durch Ihre Persönlichkeit das Amt des Bischofs geprägt haben. Es ist mir eine Freude und eine Ehre, bei diesem Festakt aus Anlass des 75. Geburtstags von Bischof Dr. Heinrich Mussinghoff sprechen zu dürfen und ihm meine herzlichsten Glück- und Segenswünsche auszusprechen. Im Namen der dir anvertrauten Diözese, deiner Diözese Aachen, ist es mir eine große Freude und Ehre, dir heute zu danken. Gottes Segen, gute Kraft. Ich lebe im schönsten und aufregendsten Bistum Deutschlands. Es ist einfach schön, hier eine Gemeinschaft vorzufinden, die ein grundsätzlich ökumenisches Bewusstsein hat und einfach auch weiß, letzten Endes sind nicht wir es, die die Einheit schaffen, sondern es ist Gott, der sie schenkt und wir müssen nur offene Hände und Arme haben. Wenn ein Westfale ins Rheinland kommt, kann das ja auch zu einer Begegnung der dritten Art werden, aber man spürt das hier, sie sind den Rheinländern ein Rheinländer geworden, den Aachnern ein Aachener. Sie sind wirklich, wie das der Apostel Paulus formuliert hat, sie haben sich auf die Menschen sehr, sehr gut eingelassen. Ihre ökumenische Kollegialität und brüderliche Einstellung in diesen Jahren habe ich nicht nur immer wieder aus den Schilderungen meines VK-Bischofs Evmenius von Lefke herausgehört, sondern auch ganz persönlich vielfach erfahren dürfen. Auf das Leben, Lechaim, herzlichen Glückwunsch, Gottes Segen, ad multus anus. Applaus 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 Applaus